Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gollum Body Personal Training. Ich habe euch heute drei von meinen Lieblingsübungen mit dem Miniband, um das Füttchen zu brauchen. Die erste sieht folgendermassen aus. Wir kommen in die Glued Bridge und kommen auseinander und zusammen. Ganz wichtig, das Miniband ist nie auf den Gelenken, sondern immer auf die Knochenstruktur. Die zweite ist stehend. Wir kommen tief runter ins Squat, geraden Rücken, oberkörperlich aufrecht und drücken die Knie richtig auseinander. Immer zwei Schritte links, zwei Schritte rechts. Und als dritte kommen wir mit dem Knie auf das Band und wir kommen hinten drauf. Nur so weit, dass ihr das Füttchen braucht und der Rücken nicht ins hohe Kreuz fällt.